Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu der nächsten Folge 1 vs. 1 PvP Training und los! Schauen wir mal, ok, da war einmal Bruchstein, ok, Goldapfel reinfräsen. Death-Raced? Nein. Oi, caramba! Ok, das war knapp. Das war wirklich knapp, dieses, ähm, dieser Fight. Ah, ne, ist drin. Das wird ein Angler. Erster Hit. Ok, er trifft mich besser. Jetzt ich die Kombo. Ok, ich hab ihn. Wegen der Kombo hab ich ihn doch bekommen. Sehr schön. Ok. So, Angler und. Alter, ok. Ja, übertreib, übertreib, übertreib doch. Ok. Größtes Facket. Größtes Facket. Und es gibt nicht, Mann. Warte mal. Was ist auf dem Schädel drauf? Ich hab jetzt, warte mal schon, was auf dem scheiß Schädel drauf ist. Jetzt hab ich verloren. Egal. Ist mir scheißegal mit dem Kampf gewesen. Weil, so ein Scheißfacket. Und. 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 Dann komm ich dich halt mal weg. Ja. 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 Hast du gut gemacht. So. Warte geht's. Ja. 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 Komm mal da runter. Oh. Hat mich in der Luft getroffen. Schneebälle machen keinen Schaden. Weißer hoffentlich. Hälfte Leben. Alles klar. Gott. So. Weiter. Ich muss wieder gegen ihn. Ne. Juli. Okay. Ah. Jetzt hab ich einen Goldapfel gefressen, obwohl ich es gar nicht gebraucht hab. Wer macht's von unten? Hatte der Speed? Hatte der Speed? Wie sah das grad ein bisschen nach Speed aus? Okay. Okay. Ja. Die Skinlosen. Das ist. Das ist. Das ist. Das ist so ein Thema. Zack. Schau dir das mal an. Der könnte ja eigentlich die ganze Zeit sowas machen. Schlürfen. Da. Und da. Oh man. Und wieder dieses behinderte Kit. Ist jetzt irgendwas drauf? Ja. War ja klar. War ja klar, dass da was drauf ist. War mir irgendwie so klar. Und jetzt. Geh doch down. Mit deinem scheiß Kit. Also das ist ein. Das ist das dümmste Kit. Das könnte wahrscheinlich sogar noch ihm. das ist das dümmste, das aller dümmste Kit, das ich heute gesehen habe. Ja. Ja. Zum Kopf. Das ist doch behindert. Und es zündert nicht mal. Ich kann mich mit den D hoch bauen also. Okay. Der entscheidende Schlag. Alter. Da wirst du nur wissen, wie viel Herzen ich habe. Okay. Ich warte. So. Ich warte dann mal. Okay. Ender Pferle. Mal schauen. Soll er sich eine Base bauen? Ganz ehrlich, weil da kann ich nämlich in Ruhe Leben generieren. So dass ich da Wasser hin. Und craftet. So lass ich bitte craften. Was kann man sich daraus craften hier? Ah. Ein Boot. Ein Boot. Coole Idee. Coole Idee. Ja. Hast mich am Anfang besser getroffen. Gut. Gebe ich zu. Feuerschutz. Ganz ehrlich. Ich nehme die Diamantrüstung. Ah. Okay. Deswegen hat er Feuerschutz. Aber. Hat ihm nichts gebracht. Ja. Okay. Wahrscheinlich Unendlichkeit. Flamme. Stärke. Okay. Übertreib. So. Nee. Ah. Ein Glück. Letzter Schlag hat entschieden. Ich war ein bisschen schneller. Puh. Okay. Du bist bereits in einer Watteschlange. Ich weiß nicht wie lange ich jetzt schon wieder aufnehme. Machen wir einfach noch Zweikämpfe oder so und dann. Was ist das für diese Folge. Wird mittlerweile glaube ich besser. Aber bei dem einen da mit Speed. Weiß ich nicht. Hat er der Speed oder nicht. Hi. Ich will dass der runterkommt. Und da ist unten. Dann schlage ich ihn da wieder rein. Kommt er da rüber. Nee kommt nicht rüber. Dann sollte er. Okay jetzt ist er unten. Alter okay. Übertreib. 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 Ach. Drei Herzen. Fuck. Wird besser. Aber da habe ich mich dumm angestellt. Ich würde sagen letzter Kampf. Und dann mal schauen. So go. Wieder gegen den Typen. Jetzt bekommen wir aber mal so. Okay. 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 Okay übertreib. . Alter. Er hat noch einen shoen Gold duty. Nein. Komm her. Die havept nicht. Ich darf den Gold Mighty essen. Haing! er hat einen guten abstand wenn ich ehrlich bin er hat es geschafft er hat es geschafft er schafft 8 2 8,5 herzen okay ich würde sagen wir machen doch noch ein okay so den müsste ich bekommen ist doch nicht ein goldapfel bei sowas solcher faktor wende okay das hat nichts mehr mit bvp training zu tun einfach nur drauf schlagen obwohl damit kann man die gespeichgeschwindigkeit ja auch scheiße ist mein set mit f5 das ist ich mal einen alter ich treffe alter er hat mich sogar er hat so lange gefressen okay dafür gibt es noch ein okay dafür gibt es noch einen kampf okay okay jetzt habe ich ihn wir sehen einen anderen das okay ich würde sagen wir sehen uns in der nächsten folge wir sehen uns tschaaaaaau Oh, oh, oh.